Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 19.01.2023. Ihr hört die Geek Talk Daily 1302 und wenn ihr jetzt ganz gut hört und ich das Teil ausgesteckt bekomme, hier im Hintergrund läuft ein bisschen Musik, das kommt von Stadia. Die letzten Stunden Stadia laufen noch an, bei mir hat es nicht aufgehört und ich bleibe dran, bis Google den Stecker zieht. Was haben wir heute in der Episode? Wear OS, MMS, Blockliste, HomePod, Stadia, Samsung und Fitbit. Ich starte gleich mal mit Wear OS und da gab es einen riesen Hype. Wie kam der zustande? Ja nicht durch das Google eigene Pixel-Telefon-Ührchen, nie durch Samsung. Wear OS hat seine Zahlen verdoppelt, respektive verdreifachen können, je nachdem wie man die Zahlen anschaut, seitdem Samsung auch auf den Wear OS Zug aufgestiegen ist. Das heisst aber auch, dass weder Google mit dem eigenen Uhr und auch nicht all die anderen Hersteller, die zwar noch auf den alten Wear OS Versionen rumdümpeln und irgendwie einfach nicht mehr ganz sich so leicht wahrscheinlich motivieren lassen, auch wieder ganz viele Uhren vorzustellen. Irgendwie will das nicht ganz so klappen. Ruht sich Google jetzt auf dem Erfolg aus oder stellen sie das Ganze nächstens schon wieder ein? Die Hoffnung ist letzteres, eben nicht letzteres, dass Google vielleicht bald schon ein neues Modell ihrer Smartwatch rausbringen, aus den Fehlern und dem Feedback gelernt haben und da ein bisschen selber auch Gas geben können, ohne auf Samsung angewiesen zu sein. Wir werden es sehen. Google wird es uns sicherlich an der Google.io vielleicht schon ein bisschen erzählen. Ansonsten im nächsten Herbst wäre dann wieder mal die Zeit dafür. Ja, die Zeit war auch für MMS da. Ich habe in der Geeklog-News-Episode und glaube ich hier auch in der Daily schon darüber gesprochen. In der Schweiz hat die Salt und auch Swisscom MMS eingestellt. Wie ich jetzt von findigen Hörern mitbekommen habe, ist es auch in Deutschland passiert. Zumindest bei Vodafone hat man den MMS-Service per gestern ausgeschaltet. Den braucht man nicht mehr. Wie das 3G-Netz hat man auch diese alte Technik rausgehaut und bietet den Kunden keine Möglichkeit mehr, Bilder oder andere Medieninhalte über eben den Kanal des SMS, respektive MMS zu verschicken. Die dürfen jetzt ausweichen auf WhatsApp, Threema, Signal und so weiter und so fort. Und iMessage natürlich für die iPhone-zu-iPhone-Nutzenden. Dann habe ich euch gestern, nicht einen Testbericht, sondern eine Anleitung online gestellt zu einer umfangreichen Blogliste für verantwortungsvolle Eltern. Was ist das genau? Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Eltern seid. Eure Kinder surfen da teilweise mal Seiten an, die nicht unbedingt für ihre Augen gedacht sind. So etwas kann man einfach raussperren, wenn man dann weiss, wie die ganzen Seiten heissen. Ich habe über die letzten Jahre viele, viele zusammengetragen. Ich habe Listen bekommen oder einzelne Einträge bekommen von Lesenden und Hörenden des Podcasts und das habe ich alles zusammengetragen zu einer downloadenden Liste. Kostet euch nur, ach nee, Quatsch, kostenlos logischerweise. Aber wer sich dafür interessiert, Link dazu ist in den Shownotes, verlinkt auf www.dele.kikdog.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da findet ihr auch gleich eine Anleitung, wie ihr das in euren AVM-Router zum Beispiel mit integriert bekommt. Das geht ja auch an anderen Orten. Weiter geht es mit dem HomePod. Ja, gestern habe ich noch darüber gesprochen, dass ich vorgestern schon über ein Gerücht gesprochen habe, und das dann wahr geworden ist. Auch gestern habe ich über ein Gerücht gesprochen, das auch gestern gleich prompt noch wahr wurde. Der möglichst bald vorgestellte HomePod ist jetzt wirklich da. Ja, Apple hat den im Jahr 2021 eingestellten HomePod, den grossen, jetzt wieder neu gelauncht. Optisch schaut er gleich aus wie der Vorgänger. Im Inneren hat sich aber einiges getan. Apple hat da richtig was reingebuttert, was man heute halt so haben möchte. Neben diversen Sensoren, zum Beispiel für Wärme und Feuchtigkeit, ich komme gleich nochmals dazu, haben sie auch sehr viel Audio-Hardware, Hochtöner, Tieftöner, Mikrofon, der den Rückkanal mitnimmt und den Ton richtig ausgibt, etc. Alles möglich ist, denn es ist eine Matter Smart Home Schaltzentrale mit integriert und daneben, wie vorhin gesagt, die zwei Sensoren, welche auch schon im HomePod Mini im Kleinen mit drin sind. Und das wird beim nächsten Firmware-Update dann auch endlich aktiviert. Ich habe mich ja damals zum Start schon gefragt, wann Apple den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor da drin aktiviert. Jetzt ist es dann nächstens soweit. Dann kannst du den HomePod fragen nach der aktuellen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und oder kannst das natürlich als Messwert nutzen, um dein Smart Home ein bisschen besser zu gestalten, sodass das Fenster aufgeht oder ein Lüfter angeht und was auch immer da noch für Möglichkeiten bestehen. Ich freue mich schon auf das Teil, werde es mir auf jeden Fall genauer anschauen. Preislich liegen wir bei Euronen 349 in Schweizer Franken, Sexy 299. Das klingt sehr, sehr verlockend. Zwei von denen neben dem Fernseher wäre halt schon unglaublich cool. Weiter geht es mit Google Stadia und ich habe es euch gesagt, ich spiele, bis es nicht mehr geht. Stadia hat es jetzt doch noch gebracht. Die Möglichkeit, den Controller auf Bluetooth umzustellen, wie das funktioniert, auch dazu Link in den Show Notes und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Einfach draufklicken und da liest du dann in Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert. Du musst einfach dazu wissen, das ist final. Aber final ist es sowieso, weil Google hat das Teil sterben lassen. Deshalb bis 31.12.2023 kannst du da draussen noch deinen Controller von Google Stadia umrüsten von WLAN auf Bluetooth. Mach das, weil dann kann man die Dinger auch noch weiterhin gebrauchen. Samsung hat, das habe ich glaube ich in der Daily auch schon gesagt, am 1. Februar, ja, Anfangs Februar, 1. Februar, sein Unpacked Invent. Und da habe ich schon gesagt, wird das Galaxy S23 Ultra vorgestellt. Wahrscheinlich unter anderem. Mehr weiss man aktuell noch nicht genau. Ein Smartphone mit Stift, mit ein bisschen kantigerem Design. Und was ist drin? Ja, das weiss man jetzt leider alles schon. Vorab sind die Zahlen rausgefallen. Wir haben ein Snapdragon von Qualcomm, ein Qualcomm Snapdragon 8er Generation. Mein Gott, reden sollte man können. Den Qualcomm Snapdragon 8, Generation 2 Chip mit drin. Das ist der, der theoretisch ab dem Sommer mit einem Firmware-Update dann auch Satellitentelefonie kann. Dann 8 oder 12 GB RAM, Speicherplatz zu Genüge, 256, 512 oder sogar eine 1 TB Variante. Das Einzige, was man nicht weiss, ist der Preis. Denn beim letzten Mal lager oder beim Vorgängermodell lager bei 1249 Währungseinheiten. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann in diesem Jahr ausschauen wird. Und was ich euch schon verraten kann, ich werde es euch bald mal auch sagen können. Mehr aber noch nicht. Genau. Zu guter Letzt Fitbit, oder jetzt auch wieder Kugel, um ins Spiel zu werfen. Wir hatten es vorher ja mit Wear OS, verärgert aktuell seine Nutzenden. Ich habe in meinem linken Arm neben der Apple Watch aktuell auch seit drei Monaten ein Fitbit-Wearable und bin das fleissig am testen. Dazu bald mal ein Testbericht. Aber die Neuigkeit macht es mir nicht gerade einfach, mich daran zu setzen. Denn Google nimmt und nimmt und nimmt. Die geben nicht gerne, die nehmen. Nicht nur deine Daten. Nein, Google nimmt auch oder hat den Dingen schon die WLAN-Konnektivität gestrichen. Das heisst, du kannst es nicht mehr mit deinem Computer verbinden und Musik übertragen, zum Offline anhören und anhören ohne Internetverbindung. Nein, Google nimmt noch mehr. Sie nehmen auch die Musik-Streaming-Dienste Deezer und Pandora per Ende März dieses Jahres einfach so raus. Nutzer, die sich ein Fitbit-Wearable gekauft haben, weil sie gesagt haben, ja, ich habe ja darauf Pandora oder Deezer, die werden einfach vor die Wand gestellt. Obwohl, das ist was anderes. Es ist einfach, ja, es ist unschön. Gleichzeitig auch kommt in diesem Jahr noch den Zwang von der Geschichte mit dem Google-Account. Wir hatten es ja, der Geek Talk News Episode mal vor einem Weilchen mit dem Mike zusammen. Grundsätzlich ja, das ist eine lange Übergangszeit und so weiter. Aber dennoch möchte man eigentlich so ein Wearable ein paar Jahre halten und nutzen. Das kann man bald nicht mehr, weil das Teil einfach nur noch eingeschränkter Krüppel ist. Gut, zumindest bei den älteren Modellen, aber auch teilweise bei den neuen Modellen. Und das ist schon sehr, sehr unschön. Ansonsten, was mir an dem Teil sehr gut gefällt, sind die wöchentlichen Mails. Die sind immer noch optisch und auch inhaltlich sehr, sehr gut dargestellt. Aber eben, was bringt dir das, wenn Dinge wegfallen, die man vorher gerne genutzt hat? Wir sehen, was noch so kommt. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.